Die frühe Nachmittagssonne fiel durch die Fenster des großen Unterrichts von Stern Manor. Der Raum war bestückt mit Bücherregalen, vier Schreibtischen, zwei Sofas und diversem Spielzeug. Miss Dorothea Stern saß auf dem Größeren der beiden abgesessenen Sofas und war gerade dabei, rosafarbene Seide in ihre Sticknadel zu fädeln. Eine Damascenerose musste sie noch vollenden, ehe die Schuhe für ihre Mutter fertig waren. Doch ganz gleich, wie sehr sie sich auch bemühte, sie konnte einfach nicht verdrängen, wie öde es daheim geworden war, seit ihre beste Freundin, Lady Charlotte Carpenter, gegangen war. Jahrelang hatten sie vorgehabt, ihr Debüt in der High Society gemeinsam anzutreten. Seit sie laufen konnten, hatten sie alles gemeinsam getan. Es gab jedoch allerlei für Dottie zu tun, um sie in der Zwischenzeit auf Trab zu halten. Seit dem Unfall ihrer Mutter hatte sie all ihre Verpflichtungen übernommen. Dottie fand Freude daran, ihre Pächter zu besuchen, sich mit den Kindern und den Müttern zu unterhalten und Wege zu finden, um ihnen zu helfen. »Dottie«, quengelte Martha, ihre sechs Jahre alte Schwester. »Scruffy will nicht stillsitzen!« Scruffy, ein dreibeiniger Hund, den Dottie aus einer Jagdfalle gerettet hatte, weigerte sich standhaft, sich von Martha eine Schleife umbinden zu lassen. »Liebes, Jungs mögen keine Schleifchen. Binde sie lieber deiner Puppe um.« Die 15-jährige Henrietta blickte von ihrem Buch auf. »Da hat sie die Schleife doch her!« »Henny«, sagte Dottie, »solltest du nicht dein Hafenspiel üben?« Ihre Schwester streckte ihr die Zunge heraus. »Nein, eigentlich sollte ich Ovid auf Griechisch lesen!« Ihr Vater, Sir Henry, war ein klassischer Philologe und bis zum Tod seines älteren Bruders vor wenigen Jahren Rektor gewesen. Zu Hennys Entsetzen hatte er beschlossen, den Kindern Latein und Griechisch beizubringen. Dottie musterte das Buch, das ihre Schwester in den Händen hielt. Der bunte Buchrücken war ein eindeutiges Erkennungszeichen der Minerva-Druckerei. »Das ist eindeutig nicht von Ovid!« Henni stieß die Luft aus und verdrehte die Augen. »Ist es nicht der Zeit, für die Damen der Gesellschaft modern dumm zu sein?« »Nein, sie sollen dumm erscheinen«, erwiderte Dottie schnippisch, was absolut lächerlich ist. »Ich weigere mich, einen Gentleman zu heiraten, der der Meinung ist, Frauen sollten nicht nachdenken.« »Wenn das so ist, wirst du wohl als alte Jung verenden«, gab Henni zurück. »Lord Worthington gefällt es, dass Grace intelligent ist«, Dottie unterdrückte ein selbstgefälliges Grinsen. »Ich bin mir sicher, dass es andere Gentleman gibt, die ebenso denken.« Charlottes ältere Schwester Grace war nun die Countess of Worthington. Sie war für Charlottes Debüt mit den fünf jüngeren Kindern nach London gereist. Kurz nachdem sie in der Stadt angekommen waren, hatte Grace die Bekanntschaft von Matthias, dem Earl of Worthington, gemacht und sich in ihn verliebt. Drei Wochen später hatten sie geheiratet. Vor nicht allzu langer Zeit waren Grace und ihr neuer Gemahl für ein paar Tage nach Stanwood House zurückgekehrt, damit Lord Worthington, der jetzt die Vormundschaft für ihre Brüder und Schwestern übernommen hatte, sich ein Bild vom Anwesen machen konnte. Ehe Henni ihr antworten konnte, öffnete sich die Tür. »Miss«, Polly, Dotties Zofe, ließ den Blick durch das Zimmer schweifen, ehe er auf Dottie landete. »Ihre Ladyschaft hat darum gebeten, dass ich sie zu ihr bringe.« Dottie fädelte die Seide ein, sicherte die Nadel und legte den Schuh zur Seite. »Geht es ihr gut?« »Oh, ja, Miss«, Polly hüpfte von einem Fuß auf den anderen. »Sie hat einen Brief aus London erhalten und unverzüglich nach ihnen rufen lassen.« Dottie eilte zur Tür. »Ich hoffe, es ist alles in Ordnung.« Einen Brief aus London zu erhalten war nichts Schönes. So gut wie jeder, den sie kannten, war zur Ballsaison in die Stadt gereist. Mutter und Dottie hätten ebenfalls dort sein sollen. Doch am Tag vor der Abreise war ihre Mutter gestürzt und hatte sich das Bein gebrochen. »So ist es nicht, Miss«, sagte ihre Zofe, die ihr hinterher eilte. »Ihre Ladyschaft hat gelächelt.« »Nun, ich schätze, je schneller ich bei ihr bin, desto schneller werde ich erfahren, was sie möchte.« Eine Minute später klopfte sie an die Tür des Salons ihrer Mutter und trat ein. »Mutter, was gibt es?« Ihre Mutter wedelte mit einem Blatt Papier in der Luft und hatte ein breites Lächeln auf dem Gesicht. »Ich habe unerwartete und wundervolle Neuigkeiten. Du wirst doch noch deine Ballsaison bekommen.« Dottie fiel die Kinnlade herunter. Ruckartig schloss sie den Mund wieder und ging zu einem Stuhl, der neben ihrer Mutter stand. »Das verstehe ich nicht. Ich dachte, Großmutter Bristol kann mich aufgrund von Tante Marys Schwangerschaft nicht sponsern.« »Der hier«, ihre Mutter wedelte den Brief erneut umher, »kommt von Grace.« Dotties Herzschlag beschleunigte sich und sie verschränkte die Hände. »Was, was schreibt sie?« »Nachdem die liebe Charlotte deine Nachricht erhalten hat, dass du zur Ballsaison nicht in die Stadt reisen kannst, hat sie Grace davon überzeugt, dich einzuladen. Sie schreibt«, Mutter rückte ihre Brille zurecht, »es würde ihnen absolut nichts ausmachen, dich aufzunehmen. Sie ist für das Debüt von Charlotte und Lady Louisa Wyvers, Worthingtons Schwester, wie du weißt, zuständig, und in einem Haus mit zehn Kindern wird eine Person mehr kaum auffallen. Sie hat außerdem angemerkt, dass dein Scharfsinn sich als nützlich erweisen könnte.« Ihre Mutter blickte auf. »Nicht, dass ich ihr widersprechen würde. Du hast tatsächlich ein ausgesprochen gutes Urteilsvermögen, aber ich bin mir sicher, dass Grace das für deinen Vater geschrieben hat. Du weißt doch, dass er niemandem zu Dank verpflichtet sein mag.« Ihre Mutter richtete die Aufmerksamkeit wieder auf den Brief. »Und es wäre sehr schade, wenn du dein Debüt nicht mit Charlotte antreten könntest, so wie ihr beiden Mädchen es bereits seit Jahren geplant habt.« Mit einer ausladenden Handbewegung ließ ihre Mutter das Stück Papier sinken und lächelte zufrieden. »Na, was hältst du davon?« Eine ganze Weile verschlug es Dottie wortwörtlich die Sprache. Ihr Kopf war noch nie wie leergefegt gewesen. Es war fast zu schön, um wahr zu sein. Sie schüttelte den Kopf und brachte endlich eine Antwort zustande. »Ich hätte nie geglaubt. Also, ich meine, ich wusste, dass Charlotte Grace fragen würde, aber ich hätte mir nie vorstellen können, dass Lord Worthington einwilligt. In ihrem letzten Brief schrieb sie jedoch, dass sie mich schrecklich vermisst. Lady Louisa, Worthingtons Schwester, hat sogar geschrieben, sie habe so viel von mir gehört, dass es sich anfühle, als würde sie mich bereits kennen und dass sie sich wünscht, ich könnte in der Stadt sein. Plötzlich wurde Dottie sich der Tatsache bewusst, dass sie tatsächlich nach London reisen würde. »Ich werde wirklich eine Ballsaison haben!« Sie sprang auf, eilte zu ihrer Mutter und schloss sie in die Arme. »Ich wünschte, du könntest mitkommen.« Ihre Mutter tätschelte Dottie den Rücken. »Ja, Liebes, das wünsche ich mir auch, aber Grace wird gut auf dich aufpassen.« »Wann werden wir Vater von Graces Angebot unterrichten?« »Was, wenn ihr Vater es ihr verbieten würde? Das wäre entsetzlich.« »Ich glaube nicht, dass er sich so freuen wird wie wir.« Ihre Mutter richtete den Blick kurz an die Decke und stöhnte dann leidend. »Wenn es nach ihm gehen würde, würdest du dein Debüt frühestens mit 20 machen. Er ist außer Haus. Ich habe ihm eine Nachricht hinterlassen mit der Bitte, mich aufzusuchen, sobald er zurückkehrt.« Sie richtete sich auf und lehnte sich gegen die Kissen. »Wir haben keine Zeit zu verlieren. Es gibt viel zu besprechen.« »Polly«, sagte ihre Mutter zu Dotties Zofe, die in der Tür verharrt war. »Lassen Sie sich die Truhen vom Dachboden bringen und fangen Sie schon einmal damit an, Miss Dotties Kleidung zusammenzupacken.« »Sehr wohl Ihre Ladyschaft.« Nachdem die Tür ins Schloss gefallen war, lehnte sich ihre Mutter ein Stück vor und senkte die Stimme. »Dein Vater wird die Idee, dich ohne mich nach London gehen zu lassen, zunächst nicht gefallen. Aber mach dir keine Sorgen, Liebes. Ich werde ihn schon umstimmen.« Dottie setzte sich und faltete die Hände in ihrem Schoß, die vor Aufregung leicht zitterten. »Sie würde tatsächlich mit ihrer allerbesten Freundin auf der ganzen Welt in die Gesellschaft eingeführt werden.« »Ich sollte Charlotte und Grace schreiben, um ihnen zu danken.« »Ja, nachdem alles entschieden ist.« Ihre Mutter zog ihr Notizbuch hervor und befeuchtete die Spitze ihres Bleistifts mit der Zunge. »Wir müssen uns überlegen, wer dich begleiten wird. Vater wird es nicht erlauben, dass du mit Polly allein reist. Ich meine, Mrs. Parks hätte gesagt, dass ihre Schwester in London eine Freundin besuchen fährt. Ich werde sie fragen, ob sie auf dich aufpassen kann. Schließlich würde es ihr Mühe...«